Das war komisch, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das war echt komisch. Hat sich komisch angefühlt, in dem Raum zu sein. So, was haben wir hier Schönes? Auf der rechten Seite eine Tür. Natürlich sind da Stacheln. Oh, Chicken. I like my chicken. So, wo haben wir denn jetzt noch Türen? Oh, ja, dann müssen wir jetzt wohl... In den Wald. Tada! So, wir sind mal gespannt, oder? Ha? Hm... Ah, du. Das habe ich ja ganz vergessen. Nicht vergessen, ich weiß nur nicht mehr, was du bist. Ah, so läuft das Spiel. Ah, so läuft das Spiel. Wie, hat doch noch alles geklappt. Und... Und... Pam! Oh! Oh, ne, dem laufe ich nicht hinterher. Geistig gestörter hier. Kann alleine machen. Hä? Wee! Gold! Neat! Wow! Yeah! Hey, es läuft! Mit dem Spelunker! Im Wald. Und das läuft. Das ist unglaublich. Ah, schießt du in die Decke. Oh, ne, das kriegt er hin. Ja! Hm... Ganz kurz gucken. Was geht hier unten ab? Oh! Ein neuer Eintrag! Yeah! Generellendstree Twins. I have found a solution to my hunger problem, Erdhunger. The forest holds an endless bounty of delicious mushrooms. Oh, du meinst einen dieser Pilze, den ich gerade zerstört habe? And within these mushrooms, like chicken legs. Äh... Also gold coins and vials of sparkling water. Also in diesen, äh, Pilzen sind, diese, ist Hühnchen, Gold oder Mana Potions, wie wir ja gerade gesehen haben. Also, wie wir immer sehen, wenn wir irgendwas kaputt machen. I broke open a tree trunk earlier and a bag of money fell out. Er weiß uns gerade darauf hin, dass wenn man Sachen kaputt macht, man Sachen bekommt. Sometimes I feel like I have gone insane. Er fühlt sich verrückt. Plus, what is it with the moon? It's huge. Stimmt, der moon ist echt groß. Ha! Das stimmt! Das ist gar nicht aufgefallen. Hm. Schau mal her an. Oh, stopp, stopp. Hm. Hm, hm. Ah, und weg ist der, ist die Kugel des Tors. So, noch mal ein bisschen Kohle. Abgestoppt. Boah, das läuft richtig cool. Es ist kein Zustand, in dem wir Alexander... ...besiegen könnten. Weil, wie ist das Belangka? Wenig Schaden, wenig Leben, wenig Mana. Aber... Au. Das da hat mir meinen ganzen Mut geraubt. Auf einmal. Okidoki. Doki, was haben wir denn? Hier ist ein Geheimnis. Oh, nee. Ist gar nicht hier, die ist hier drüber. Was ist das? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann. So, alles. Ah. Menschenskinder. Schade. Lief gerade gut. Wen holen wir uns denn als nächstes? Jetzt wollte ich mir noch mal was stärkeres holen. Und vielleicht Alexander kontaktieren. Äh, ein Assassin. Ähm. Noch ein Spelonka. Äh. Und zwar Taco. Der Barbarienkönig. So, da wir den Assassin auch neu haben, relativ, und noch nicht benutzt haben. Ähm. Hau rein. Ich wollte gerade überlegen. Wie heißt das? Circo Taki? Okay. Ähm. Ach. So. 3.610. Hopp. Hm. Deftify. Achte, wie viel kostet mehr Gold? Das sprengt den Rahmen. Hm. Ich mach mal Deftify. Nur um zu gucken. Das reicht erstmal. Weil. Nein. 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 Nicht hier hin. Hier geh ich nach. Ich wollte zuerst runen. Wie viel kostet denn 700 zu unlock. Lock. 875. Turn Lock. Stopp. Jetzt gucke ich nochmal. Sprint, Sprung, Flug, Gold. Jetzt muss ich mal grad bei dem Pflug gucken. Oh, das ist so awesome! Also, erst hab ich einen Doppelsprung und dann kann ich auch noch fliegen! Ah! Ist das cool! Oh! Wir probieren jetzt aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Also... Wow! Und wir bekommen wieder etwas mehr Gold. Und dann hab ich noch einen Sprint. Oh, ist das cool! Das macht mir grad Freude. Oh! Und ich hab schon wieder hier... Äh... Mit dem... Memory. Weiß schon... Fällt das für mich nicht ein? Mir wird's wahrscheinlich auch nicht mehr einfallen. Und dann guck ich mal grad. Oh! Boah! Das ist eine coole Fähigkeit! Wir sind ein Assassin! SS in! Ein SS... Oh Gott! Wow! Zombie-Schuh! Ha! Lächerlich! Ähm... Mir ist kein cooler Spruch auf... Schuh eingefallen grad. Oder ja... Zombie-Hose. Ähm... Ne... Pff... Er fällt echt kein guter ein. Critical Hit! Yeah! Däh... Hehehehe... Es ist cool! Ist das cool. Wenn ich damit lerne umzugehen, dann sterbe ich ja noch weniger. Okay, ich will jetzt mal nicht zu viel versprechen. Aber es könnte sein. Hm. Oh, Mann. Oh, so ein großer. Ich sehe nichts. Wow. Au. Jetzt muss ich mich so langsam mal sputen. Hm. Oh, je, mein Hals. Juckt schon wieder. Ja. Nah. Nicht springen, ah Gott. Gott.